Diese CD, die griechischen Mysterien, gehört zu einer Serie von insgesamt sechs CDs über die inneren Mysterien und deren Bedeutung für unser Leben heute. Diese Mysterien sind die spirituellen und ewigen Wahrheiten, auf denen unsere Welt und alles Leben gegründet ist. Track 1 behandelt die Bedeutung der Archetypen in unserem Leben. Und bezieht sich auf den Mythos von Dionysos, den griechischen Gott der Ekstase und der Initiation. Es wird gezeigt, wie er unsere alten, nicht länger funktionierenden Muster aufbricht. In der geführten Visualisierung auf Track 2 unter dem Titel Begegne deinen männlichen und weiblichen Archetypen werdet ihr auf die männlichen und weiblichen Archetypen treffen, auf die Götter und Göttinnen, die heute euer Leben am stärksten beeinflussen. Wir mögen denken, dass wir bewusst sind und auf eine Weise handeln, welche mit unseren Gedanken und Gefühlen übereinstimmt. Doch je mehr wir über den Ursprung unserer Ängste und unerwünschten Emotionen wie Depression, Zorn, Ängstlichkeit erfahren, umso mehr erkennen wir, dass unsere Gedanken, Gefühle und sogar unsere Handlungen nicht immer unserer bewussten Kontrolle unterliegen. Während wir unser persönliches Unbewusstes untersuchen, beginnen wir, ein tieferes Verständnis für die Lebensmuster zu entwickeln, die von unseren Eltern, unserer Familiengeschichte und unserer kulturellen Erziehung stammen. Darüber hinaus gibt es jedoch eine tiefere Ebene unseres Unbewussten, auf die sich der bekannte Psychiater C.G. Jung unter dem Begriff des kollektiven Unbewussten bezog, welche nicht persönlich ist. Dieses kollektive Unbewusste, von dem Wissenschaftler Rupert Sheldrake als morphisches Feld, das unseren Planeten umgibt, bezeichnet, ist allen Menschen gemeinsam. Das ist das Reich der Archetypen. Diese Archetypen gibt es in allen Kulturen. Sie entsprechen den energetischen Mustern der verschiedenen Gottheiten, welche das menschliche Verhalten beeinflussen. Diese Archetypen waren vielleicht einmal wirkliche Wesen, die sich auf der Erde entwickelten. Aber über die Jahrtausende hinweg haben so viele Menschen zu ihnen gebetet oder sich Vorstellungen von ihnen gemacht, dass sie nun starke Gedankenformen oder Abbilder sind. Diese fahren fort, uns zu programmieren, entsprechend der Frequenz des Bildes, auf das wir zugreifen. Manche Gottheiten verfügen über mehr als ein Abbild. Und der am Kreuz hängende Jesus trägt nicht die gleiche Frequenz wie der auferstandene Christus. Archetypen sind, genauso wie Menschen, in der Lage, ein tieferes und, wie wir auch sagen könnten, ein höheres Verständnis für das Potenzial des Archetypus zu entwickeln. Um vollständig bewusst zu werden, müssen wir uns der Archetypen bewusst werden, die uns am stärksten beeinflussen. Zu diesem Zweck werden wir die Götter und Göttinnen der griechischen Mythologie genauer betrachten, da sie für die meisten Menschen im Westen die umfassendsten und bekanntesten sind. Die alten Griechen glaubten, dass die olympischen Götter auf einem wirklichen Berg wohnten, dem Olymp, der sich im Norden Griechenlands befand. Diese griechischen Götter und Göttinnen waren nicht vollkommen und die griechischen Legenden besagen, dass sie die gleichen Arten von Prüfungen wie viele Menschen zu bestehen hatten. So hatten sie zum Beispiel Probleme mit Liebespartnern, waren in Missverständnisse verwickelt und empfanden Gefühle von nicht geliebt werden. Tatsächlich war es ihre Unvollkommenheit, welche den Griechen gefiel und ihnen für ihr eigenes Leben Hoffnung gab. Das ähnelt der Art, in der auch Jesus Gefühle von Gereiztheit, Ungeduld und Zweifel zeigte, nur allzu menschliche Eigenschaften. Das macht es auch vielen Christen leichter, sich mit ihm statt mit dem perfekten, aufgestiegenen Christus zu identifizieren. Gleichermaßen besitzen auch Gottheiten des Hinduismus, wie Kali, und des Buddhismus, wie Heruka, Charakterzüge, die nicht immer nett und freundlich sind. Doch zurück zu den griechischen Archetypen. Tatsächlich kamen die olympischen Götter der alten Griechen ursprünglich aus Atlantis. Sie hatten bestimmte Begabungen, worin sie den Griechen in deren Evolution voraus waren. Doch wie wir aus den Mythen wissen, waren auch die Menschen aus Atlantis noch keine vollkommenen Wesen. Um zu einem vollentwickelten menschlichen Wesen zu werden, ist es hilfreich, die Stärken jedes dieser Archetypen sowohl zu verstehen als auch in unserem Leben manifestieren zu können. Folgen wir diesem Weg, so führt uns das zu Ausgeglichenheit, Toleranz und Flexibilität. Und wir entwickeln uns zu der Ganzheit, die wir werden können. Diese Archetypen sind Lehrmodelle für die Aspekte von uns, die wir ins Bewusstsein bringen wollen. Um zu verstehen, wie Archetypen unser Bewusstsein transformieren, werden wir den Mythos von Dionysos besprechen, da er ein Initiator in die inneren Mysterien war, welche die tieferen spirituellen Wahrheiten sind und den wichtigen mythischen Geschichten zugrunde liegen. Dionysos half den Menschen, mithilfe von Wein und Ekstase, ihr Persönlichkeitskonstrukt niederzureißen, sodass sie in eine tiefere Beziehung zum Göttlichen eintreten konnten. Die eloisischen Mysterien, welche mit Demeter, der Göttin der Erde, entstanden, wurden in späteren Zeiten auch mit Dionysos in Verbindung gebracht. Und viele der größten Gedichte und Schauspiele des alten Griechenland wurden speziell für Dionysos geschrieben. Er war, ebenso wie Demeter, ein Gepeinigter, doch nicht wie sie, aus Kummer um einen anderen, sondern wegen seines eigenen Schmerzes. Er war der Weinstock, der jedes Jahr bis auf einen knorrigen Stumpf zurückgeschnitten wird. Sein Tod war ganz furchtbar, da er von seinen Anhängern in Stücke gerissen und aufgegessen wurde. In dieser Hinsicht ist die Geschichte von Dionysos ein Vorläufer für die christliche Geschichte von Jesus, der sich mit dem Weinstock vergleicht und der seinen Körper und sein Blut hingibt, damit diese von seinen Anhängern gegessen und getrunken werden. Die Anhänger von Dionysos, so wie die von Christus, glaubten, sein Tod und seine Wiederauferstehung in jedem Frühjahr seien ein Zeichen dafür, dass die Seele ewig lebt, selbst nachdem der Körper gestorben ist. Dieser Glaube stand im Zentrum der Mysterien von Eloysis. Es gibt viele Mythen über Dionysos, und wir werden mehrere von ihnen untersuchen, weil in jedem dieser Mythen eine bestimmte Bedeutung steckt. Dionysos soll der uneheliche Sohn von Zeus, dem Oberhaupt der griechischen Götter, und Persephone, der Göttin der Unterwelt und auch die Tochter von Zeus, gewesen sein. Zeus und Persephone repräsentieren die Paarung der Dunkelheit und des Lichtes, der weiblichen und männlichen Gegenstücke, welche sich in jedem von uns verbinden, um die Kundalini-Energie aufsteigen zu lassen. Persephone wurde von Zeus in Gestalt einer Schlange geschwängert, und ihr daraus hervorgehender Sohn Dionysos trug als einen seiner Namen Zagreus, was das gehörnte Kind bedeutet. Auf diese Weise wird Dionysos mit der Schlange in Verbindung gebracht. Und die Schlange ist die Kundalini-Energie, die für Sexualität, Heilung und spirituelle Erleuchtung benutzt werden kann. Die Schlange, die Eva im Garten von Eden in Versuchung geführt hat, war ihr gleichzeitig auch eine Hilfe auf ihrem Weg zur Erkenntnis. Jedoch weder das traditionelle Judentum noch das Christentum interpretieren die Schlange auf diese Weise. Nachdem das Baby Dionysos geboren war, kletterte es auf seines Vaters Thron, nahm einen von Zeus' Blitzen in seine winzige Hand und schüttelte ihn. So erkennen wir schon in dem Kind Dionysos, dass er einmal den Platz seines Vaters einnehmen wird. In den älteren Religionen hatte die Königin, sie repräsentierte die Göttin des Bodens, einen Gemahl für nur ein Jahr. Und nach Ablauf dieses Jahres gab es einen rituellen Tod für diesen speziellen Gemahl. An seine Stelle trat dann für ein weiteres Jahr ein anderer Gemahl, damit das Reich befruchtet würde. Diese Aufeinanderfolge von männlichen Figuren muss so gesehen werden, dass der Sohn den Vater verdrängt. Wir erkennen, wie dieser gleiche Mythos in der alten griechischen Geschichte von Oedipus wiederholt wird, wo Oedipus seinen Vater tötet und seine Mutter heiratet. Somit verbindet die Geschichte von Dionysos diesen mit den älteren, stärker erdverbundenen Religionen. Die Geschichte erzählt, dass Zeus sein Reich in die Obhut von Dionysos gab. Während Zeus abwesend war, beschlossen die Titanen, welche die Götter einer früheren, primitiveren Zeit Griechenlands waren, Dionysos zu töten. Interessanterweise war Dionysos, als die Titanen kamen, um ihn umzubringen, gerade damit beschäftigt, sich im Spiegel zu betrachten. Wenn wir in den Spiegel schauen, dann sehen wir uns selbst. Was also ist es, das primitiv in uns selbst ist? Was ist unbewusst, das uns wie die Titanen töten möchte? Die Geschichte erzählt, dass Dionysos ihren Anschlägen entging, indem er verschiedene Gestalten annahm, die eines jungen Mannes, eines Löwen, eines Pferdes, einer Schlange. Schließlich, in der Gestalt eines Bullen, schlugen die Titanen ihn in Stücke. Wenn wir uns mit den verschiedenen Aspekten von uns selbst konfrontieren, indem wir in einen Spiegel schauen, kämpfen wir gegen unser Ego und seine Masken, welche gerne die Gestalt wechseln. Es ist sehr schwierig, den Teil unserer Persönlichkeit zu erfassen, der unsere wirklichen Bedürfnisse sabotiert und uns dadurch daran hindert, die Person zu werden, die wir wirklich werden wollen. Der gestaltwandlerische Aspekt von uns wird versuchen, uns von unserem Ziel der Selbstverwirklichung abzulenken. Ich bin sicher, ihr könnt das bei euch selbst erkennen. Sogar die Tiere, in die sich Dionysos verwandelte, sind symbolische Aspekte unserer selbst, denen wir uns stellen müssen. Sich selbst zuallererst als jungen Mann zu sehen, ist eine Art von Unschuld. Der Löwe ist das Herz, welches wir erforschen müssen, um zu sehen, ob seine Motivationen rein sind. Das Pferd ist ein Symbol für Schnelligkeit und Stärke. Die Schlange repräsentiert Transformation und Heilung. Schließlich wird Dionysos in seiner Gestalt als Bulle auseinandergerissen. Der Bulle steht in den alten Kulturen für sexuelle Kraft und Potenz, auf der Grundlage der Jahreszyklen von Geburt und Tod in der Natur. Alles, was von Dionysos nach seiner Erschlagung übrig blieb, war sein Herz. Und als Zeus zurückkam, legte er Dionysos Herz in einen Tempel. Das Herz ist ein Symbol, denn in unserem Herzen wohnt die ewige Flamme der Liebe, der Weisheit und des göttlichen Willens. Und während wir unser Bewusstsein entwickeln, wächst diese Flamme in unserem Herzen, bis unser gesamter Körper im Zustand der Erleuchtung zu einer Flamme des Geistes wird. Dionysos erlangt diese Qualitäten der Liebe, der Weisheit und des göttlichen Willens, indem er alle Aspekte seiner Persönlichkeit opfert. Die Persönlichkeit ist ein falsches Konstrukt, das letzten Endes von der Seele und vom Geist aufgelöst wird. In einem anderen Mythos, der die Geburt von Dionysos betrifft, war seine Mutter Semele eine sterbliche. Die, während sie mit Dionysos schwanger war, starb, weil sie sich gewünscht hatte, Zeus in seiner wahren Gottesgestalt zu sehen. Nach ihrem Tod nähte Zeus, der seinen ungeborenen Sohn liebte, Dionysos in seinen Oberschenkel und von hier aus brachte er ihn schließlich zur Welt. Manchmal haben wir, so wie Semele, ein kraftvolles, spirituelles Erwachen, das unsere Verbindung mit der materiellen Welt zerstört. Aber zu diesem Zeitpunkt sind wir nicht fähig, diese Herrlichkeit auszuhalten. Doch wird ein geistiger Samen in uns eingepflanzt, der zu unserem eigenen göttlichen Kind heranwächst. Wie Zeus hat jeder von uns die Potenz in seinem Oberschenkel im Bereich seiner Geschlechtsorgane sich selbst zu gebären. Die Rituale im Zusammenhang mit Dionysos waren sehr blutig. Mit ihren Zähnen zerrissen seine Verehrer einen Stier, welcher mit Dionysos assoziiert wurde. in Stücke und aßen diese Teile dann in rohem Zustand auf. Jesus Christus wählte die Symbole Wein für sein Blut und Brot für seinen Körper, weil über tausende von Jahren hinweg die Gemeinschaft mit dem Gott darin bestand, den Gott tatsächlich zu essen. Wenn seine Anhänger den Dionysos repräsentierenden Stier aßen, glaubten sie, sie würden die Essenz des Gottes in sich aufnehmen. Wie können wir die Essenz dieser Archetypen der Götter und Göttinnen in uns aufnehmen, um uns ihre Kraft zu verleihen? Dionysos zeigt uns den Weg, denn er war der Gott des Rausches, der Ekstase, des Tanzes, des Gesangs und des Weins. Der alte griechische Philosoph Platon, der selbst ebenfalls in die inneren Mysterien eingeweiht war, hat geäußert, dass Individuen unter 18 Jahren keinen Alkohol trinken sollten. Er sagte, Menschen zwischen 20 und 30 Jahren sollten nur ein Minimum trinken, gerade genug, um sich selbst mit den Vorzügen des Weines bekannt zu machen. Wenn man jedoch die 40 erreicht, meinte er, sollte man Dionysos herbeirufen, damit er die Fröhlichkeit in einem freisetzen und dabei helfen kann, die Schwere des herannahenden Alters wegzunehmen und die eigene Jugend zu erneuern. Platons Vorschriften haben selbst für uns heute noch eine wahre Botschaft. Bis zum Alter von 18 Jahren sollten Individuen keinen Alkohol trinken, weil sie dabei sind, ihre verschiedenen Körper zu entwickeln. welche Schaden erleiden können, wenn in diesen Prozess eingegriffen wird. Bis etwa zu einem Alter von 35 wollen die meisten Menschen nicht mit den inneren Mysterien des Dionysos in Berührung kommen, weil sie dabei sind zu lernen, in der Welt Erfolg zu haben. Gerade so, wie Dionysos es am Anfang gemacht hat, als er das Königreich des Zeus regierte. Bis zur Mitte unserer 30er oder 40er Jahre sind die einzelnen Menschen nicht bereit, für die Spontaneität oder die Freiheit, die damit einhergeht, Dionysos zu aktivieren. Diejenigen, die durch Drogen oder sexuelle Hemmungslosigkeit Dionysos in einem frühen Alter begegnen, gehen das Risiko ein, ihr Persönlichkeitsgefäß zu zerbrechen, bevor sich dieses in der Welt etabliert hat. Es kann sein, dass sie sich nie mehr von diesem Zusammenbruch erholen. Das ist ein großer Unterschied zur eigenen Hingabe an Dionysos im mittleren Alter, wenn Individuen Dinge tun, die gewöhnlich für sie vollkommen untypisch sind. Und wenn ihr diese Person, die so etwas tut, betrachtet, dann denkt ihr vielleicht, mein Gott, jetzt hat sie's oder ihn erwischt. Aber das stimmt nicht. Ein Teil von ihnen weiß genau, dass der Weg zur Ganzheit darin liegt, Dionysos zu folgen und die Kontrolle ihrer Persönlichkeit abzugeben. Und sie wissen, sie werden niemals Ganzheit erlangen, indem sie sich die Auffassung der Gesellschaft zu eigen machen, wie sie als perfekter Ehemann oder perfekte Tochter oder Freundin zu sein haben. Sie werden nur Ganzheit erlangen, indem sie tatsächlich selbst den Sprung von der Klippe wagen und alles aufgeben, an das sie sich geklammert haben. Das ist die Lehre von Dionysos. Dionysos war der letzte Gott, der in den Olymp eintrat und Homer hat ihn in den früheren griechischen Mythen kaum erwähnt. Doch im späteren Griechenland wurde er zum populärsten von allen verehrten Göttern. Warum? Die Griechen wurden bekannt für ihr diszipliniertes lineares Denken, was der Bereich des Verstandes ist, repräsentiert vom griechischen Gott Apollo. Was aber geschieht mit dem Bereich der spontanen Gefühle und dem Unbewussten, während eine Kultur sich bewusster auf ein neues Paradigma zubewegt, welches Intellektualität und dem bewussten Verstand als das Höchste ansieht. Nun, die Griechen waren klug. Sie hatten Dionysos als Ventil. Damit hatten sie Zugang zu ihrem Unbewussten, um so ihr rationales, intellektuelles, bewusstes Leben auszubalancieren. Dionysos war mit Ariadne von Kreta verheiratet. Diese hatte Theseus geholfen, seinen Weg im Labyrinth zu finden, damit er den Minotaurus töten konnte. Wir müssen, wie Dionysos, den Weg durch unser eigenes Labyrinth zu unserem Minotaurus finden, welcher unser Es, unser Schatten und der Teil von uns ist, der primitiv, doch mächtig ist. Es gibt verschiedene Arten, unseren Minotaurus zu töten, wir können ihn auf die Weise töten, wie ein Krieger tötet und kein Bewusstsein für unser Tun haben. Und genau so hat Theseus sich verhalten, als er Ariadne im Stich ließ, nachdem sie ihn gerettet hatte. Als zweiten Weg können wir wählen, die Aspekte von uns, welche an den Rollen der Welt hängen, zu zerstören und sie aufzuessen, um dadurch spirituelles Erwachen zu erlangen. Der zweite Weg ist der von Dionysos und seinen Anhängern. Denn Dionysos fand die verlassene Ariadne und liebte und heiratete sie und war ihr treu. Während die Redewendungen in Bezug auf Apollo waren, erkenne dich selbst oder nichts im Übermaß, war die Aussage um Dionysos sei du selbst. Dionysos wurde in der römischen Kultur zu Bacchus und als Bacchus war er der Gott der Orgie. Die Verehrung von Dionysos wurde verunglimpft, sodass die Leute Sex und Trunkenheit um ihrer Selbst Willen suchten und nicht als einen Weg zu spiritueller Erleuchtung. Die Römer benutzten Dionysos in seiner Gestalt als Bacchus nur für ihre Persönlichkeit, ihr Ego. Ich stimme mit C.G. Jung überein, wenn er sinngemäß sagt, es ist nicht gleichgültig, ob man etwas eine Manie, einen Wahn oder ob man es einen Gott nennt. Der Manie zu dienen ist verachtenswert und unwürdig. Aber einem Gott zu dienen ist voller Bedeutung. Platon hatte etwas Ähnliches gesagt, als er über die Bedeutung der orphischen und eloisischen Mysterien sprach, welche dem Individuum dabei helfen, sich mit dem Göttlichen zu vereinigen. Er sagte sinngemäß, Wenn ein Mensch sich der Suche nach dem Göttlichen geweiht hat und sich in ihm zu Hause fühlt, dann entsteht plötzlich, wie von einem überspringenden Funken entzündet, so etwas wie ein Feuer in der Seele und von da an nährt es sich immer weiter von ganz allein. Wenn wir wie Dionysos nach dem Göttlichen suchen, indem wir unsere alten Rollen und Masken loslassen und der Suche durch das Labyrinth treu bleiben, werden wir in seinem Zentrum ebenfalls unser wahres ermächtigtes Selbst finden. Am Anfang bedeutet es viel Arbeit. Doch wenn der Funke erst einmal Feuer gefangen hat, wird er von selbst weitere Nahrung finden. Und dann werden auch wir so wie Dionysos die Geheimnisse von Tod und Wiedergeburt erfahren. Die Frau hat eine hat die